ab und bieten werden ich habe kein Sonnenbüro nicht dass nicht die Eier gehen mit einem Dreck sonst ist er kann sich gar nicht aus als nicht in die Region über den es will ich erholen ich habe mich über Gott Fadecheck Go Du zuerst Oh Gott Ahak, so weit wurde es gestern Aber gerade Schaden genommen Ja, ich hab leider Mafu, das ist japanisch oder so Ne, chinesisch Eine Liebe für Beile Mafu Ich komme sofort Das Tarno Oder sind sie auf dem Moment Ey, das ist APG Natürlich Das AP-Garen? Nein, der hat sich ein Instant-Hex-Trinker gekauft In der Klammer, wir sehr viel AP haben Ja, aber Fadecheck Die 2.4 Die 5 Deinemann Aber meiner ist OP dann noch nicht Meiner meiner Kacke Ja, meiner macht 5 Prozent Prozent Sekunden Nein, meine, deine Macht gefühlte 80 Sekunden Ja, gefühlte auf jeden Fall Ich weiß nicht mehr Das war ich bin Aber derische Was habe ich gesagt? Apriest ja Ich bin Ja, ich bin verpasst und zweitens kann auch gleich die Mannschaft er hat keiner braucht er nie Stimmt auch hier ist die er liebt ist die Führung oder so er die Wahl 3 n 8 und 20 das anders war der Bilderei nicht so aborten Ja, das stimmt, aber am schlimmsten ist, dass er danach einen Heal hat. Nein, ich wurde gestarnt. Und dann du bist. Das geführt. Ich immer wieder KS werde. Stumm. Lass mir... Ach Gott, ich brauch Mana. Ups. Nichts, Mana zurück. Ja. Nee, ist ja nicht. Er... äh... Verrauchten kann ich. Mach, wenn er lasst du dich. Ja. Wie sie alle zueinanderlaufen, ey. Als ob der Piepmatz irgendwie so ein Überraschungsgeschenk ist. Ich hab alles. Richtig an Pisse. Oh mein Gott, da kommt ein Garen. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Aber es ist ja noch nicht tot. Es gefällt mir nicht. Ich bin nicht. Immer einen Nug. Zwei Heelsen oder was? Nur bei meinem Vogel. Ich bin... Er ist... Ich bin... Ich verstehe... Du... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Nach dem Ara muss ich essen. Okay. Ich bin... Ja. Ja. Das ist das. Ja. Das ist auch eine Kacke. Ja. 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 an und an 4 4 das geführt auslöser aber bis zu interessiert hier zu Rundfunk anwesend nach Panik hier wird in den Bedienern 9 nun damit übernimmt weil er mich auch schon auf das Bild hat um gar nicht das wird man gegen leisten ne ich kenne was er nicht und das auch sozial im Endeffekt ein wenn ich in Ordnung ja sicher Fokus der Tauern ist wieso auch nicht oh Dark ich hatte gerade seit zwei Spielen keinen Tank also ich glaube ich habe gerade eine Glückssträhne schön für dich ich hole dir rein ich hole dir rein ich hole dir rein ich hole dir weg ein penta mit drei gegnern du bist nicht lustiger ich hab ihn noch geführt bisschen lang er war geführt er konnte nichts machen er hat einen kippe bekommen ich bin ein kippe ich bin ein kippe ich bin ein kippe so wird wir müssen so auseinander damit er nicht springen kann ja das macht mich schon traurig das ist ja eine ulti ich habe dabei auch mit dem ks das ist gar nicht mehr ne Art er ist noch mal gefeiert ich hab den minion gefeiert das war greedy die auch nicht und nun soll ob wir sie wissen aber nicht dass da aufnimmt wurde nicht gesagt er nimmt immer auf das weiß man noch ja aber die anderen die wenden geschehen sie wissen das nicht und sonst fokusten die immerhin als player den weg die es ist lächerlich aus ich hasse wer war das wer wer soll haben auf den die ein führer und das recht ist es geht wirklich ab dort müssen wir auch die wenn er vermisst, ja, ist schon oh, der ist wunderbar, es kam schade, ich hab schon eine Beile vermisst ja, ist dann nicht halt noch ein Länger, ey ich mag ihn mit hier Mathe-Animationen ich hab ihn echt gemacht wenn du so draufklickst, sieht es auch geiler hab ich schon gerade getan Tote wieder tot wer? oh mein ja ich nicht ich hab nur 5 Tote Tote? ja warum wird man Schild eigentlich nicht sein? ooooh! Danke! ich hab mich nicht geholfen ich hab mich nicht geholfen Mann, sie töten mich nicht mal treibautetöte Penta! Penta! ich fiel den Mund mal ich fiel den Mund er ist jetzt verstummt und kann sie nicht holen und du willst? bespät komm schon komm schon ja, so spät ist es auch so ja, ich hab das mal versorgen nein so muss das sein hier wird ja ein Penta grad nach dem anderen die Katholite keiner nur mein Punt Penta Penta oh ich glaub könnte es ein Legendary Kill geben und schon wieder tot ja good job wieder Penta tschüss an Piron halt die Klappe ich gut, dass ich mein Flash dabei hab was ich nicht brauche, aber egal boah, ist der Schaden das war überhaupt kein Schaden das man 465 tschüss 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 ich wurde gebeilt das ist schon traurig ich weiß von dem weil von Munde kann man gar nicht sterben ähm ich bin aber grad grad da richtig doll ja 80 Lehm oder so Mensch, der Berge hat immer noch 30 Magierassistenz oh hab ich ja wieder richtig Lust auf ihn raufzugen das geht doch ok, jetzt hab ich dir das dann ich will doch noch mal kurz anmerken, dass das einer von da akkabalenten ist Lass dich doch in Ruhe Lass dich doch in Ruhe und gar nicht mal so schreckt nach unten in die Köpfe komm, komm komm nice sorry, son ja, sorry hab mir doch voll gehört oh mein Gott da wollte ich dich hin Stan, was denn los? ja, komm legendärer Killsteam ja, Akali halt ne, das war Kill Secure wie die Kugel sich wieder dreht oh ich hab ne mega gefeiert, ich bin zufrieden na gut, sterben wir mal auch oh, wollen wir schon sterben? das kann recht zum sterben oh scheiße oh fuck da ist gefeiert so ungefähr eine halbe Dicke mehr er will mich ulten nein los Garret oh oh Garret oh was ging das los? so bad er kann nicht mehr ulten mit Garret man kann Minions spieren ja oh echt Gott ah, ich weiß nicht, als er Minions igniten konnte das war cool ahaha bin nur ein Zielpotz welche He- welche He- welche He- welche He- die ist alle trifft nämlich nicht ey daran merkt man voll dass ich Boss bin ja, ist klar und tot da bin doch hin ahaha oh will ich schon wieder sterben? ich glaube nicht jetzt tötet Dark Darlene ja, nein, schon du brauchst gar nicht erst ankommen und nicht zu Ulten, du Dreckswixer oh Scheiße hätte ich gar nicht ich bin nicht hier oh mein Gott, er kommt, er kommt gefiel oh mein Gott, er kommt, er kommt oh mein Gott, ich bin nicht hier nein ich bin nicht im Irmste, ey, das war schon vor oh mein Gott, hab ich gefunden ahaha die ahaha alter du bist tot ich? ja wenn das einige deiner Ammonenten so dumm sind, das kann ich verstehen aber das du gar random so dumm sind das war schon traurig der hat mir das Beil getroffen was ist bloß aus uns vollkommen geworden hier Dark, ich halt dich nein geil ah, gerade du Dark du KS ich will nur mal kurz anmerken, dass 26 Assists waren und noch 5 Kills ich hab 11 ich hab 11 und Dark hat 20 Kills, lass mich auch nochmal kurz anmerken kratsch ja ich weiß, ich kass dir ganz schön viel ne mein 5 Kills ich gar nicht oh du hast negative Steps ja halt, lass mich in Ruhe und gefokus bad wieи lol wieso du hast mir mein Kill God klaut neiiiiiinn lacht Totally okay wow, Tower luôn kill nooo jaaa ich bin neutral kill, Line Tower perfekt 5 ich habe sie da reicht 4 die kriegt sich und holen ich werde nicht sterben ich überlebe gestärkt das gar ein Zeiger der vierte Jahre das ist richtig dreckig guck mal im Mund ist nein aber auch nur live Tatsache das hat nicht verboten ja das ist echt wirklich nur live Alter hatten wohl eine 354 Standardmovement ja weil es hat 5 zu einer Höhe Moment mal das ist ja wohl volllegend wie dort findet das so lecker Zubat die Hilding aaaah Zubat das ganze vergessen da wenn du da noch reingerannt wirst das Beil ja das Beil ich mach auch noch ein paar Healdinger mit egal was kommt Schu-schu-schu Stark Noll, that's not just Hahaha das ist deine oh Ja, ich bin tot komm her du scheissi komm her du scheissi ey du scheiss das Ball wird dich töten Noll wie schlecht 10 10 immer noch ausgleichen Noll, guck mal wie viel ihr schreiben sag einfach was soll ja, so viel ja, so viel ja, so viel nein wie ihr seid, wollt ihr mal subsistieren benutzt ich wollte die Händschreng ich wollte die Händschreng nur so ja, verpiss dich da du wolltest doch lustig essen, man ja, war nicht so, was wolltest ich hab die Trittana getötet kann doch sein, was jetzt passiert sein so, und jetzt mach ich wieder meine Proskale LOL haha haha du noch springen wolltest haha ich wollte ihn noch töten aber er wollte mich töten mit seiner Ulti wie Sau ja